Dann drüben von der Rasenseite und unsere Schamatte Ager wird sie bis zum Schluss mit Getränke bedient. Wenn wir gleich unter durchfahren, dann müssen sie mal nach oben gucken. Weder nach Backbord oder Steuerbord. Und da sitzt irgendwo unser Anton. Das ist der Brückengeist. Seitdem der da ist, ist nichts mehr passiert. Aber der sitzt da auch erst seit letztem Freitag. Ab und zu, wir fahren ja hier auch wieder zurück. Und ab und zu werde ich dann mal gefragt, was passiert denn, wenn der Wasserstand so steigt und wir nicht mehr zurückkommen. Verehrte Gäste, da haben Sie nicht das Kleingedruckte gelesen, was an der Kasse steht. Das ist richtig knapp, ja. Das hat doch alles wunderbar funktioniert. Mensch, Kevin, keinen Applaus. So lange ist der noch gar nicht, Kevin, das ist nicht noch.